Hm, aus dem Hyperion Design dieses Geräts werde ich nicht schlau, aber ich habe eine Theorie. Kammerjäger, begib dich in mein Labor unter der Dahlmine. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm zurück, kleiner Freund. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Wie fühlt sich dein letzter Atem zu? Das gefällt mir. Das ist mir leidend, du! Ich bin schon fast auf der Eridiumebene. Ich bin schon fast auf der Erde. Ich warte, nicht zurück. Ich bin schon fast auf der Eridiumebene. Ich habe fast auf das Eridiumebene. Ich bin schon fast auf der Erde. Komm her! Ich habe meine Serienfähigkeiten von einem Mädchen namens Angel geerbt. Ich habe diesen Prozess noch nicht genau verstanden. Mein Wissen scheint lückenhaft zu sein. Manche Dinge wurden nicht vererbt. Als Hyperion diesen Planeten verließ, habe ich jede Menge Artefakte aus Hansam Jacks persönlichen Besitztümern geborgen. Überwiegend nutzloser Tant wie Gold und Edelsteine. Aber zwischen dem ganzen Müll waren auch ein paar wertvolle Dinge mit wissenschaftlichen Eigenschaften. Ich habe etwas Blei für dich! Ich habe etwas около Osn característica. Ich bin ein Eingriff, aber es ist nicht so offensichtlich. Aber mit einem von Babel nach dem Saturn ist es wichtig. Ich habe mir einen Eingriff. Ich habe einen Eingriff. Ich habe die Schmerz, wenn ich eine Schmerz befange. Das ist gut. 2021 ist es wichtig. Ich habe einen Eingriff hast. Ich habe einen Eingriff. So merkte ich meinen Eingriff. Ich habe einen Eingriff. Ich warte! Versuch noch, mich zu kriegen! Schnellt mir sie gleich! Ich sterbe für dich. Der Tod ist eine natürliche Sache, aber deiner war aufregend. Du wirst zerlegt. Du bekommst! Na, wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Ich verstehe! Tyreen, du bist nicht beschützt! Darum bin ich hier beigegeben! Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe, dein Flamm zu spät! Ich hab's gesagt! Sie hat ein Schiff neben Seilen! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die Familie ist nicht hinter mir! Ist das nur ein Kastier oder ist das nur ein Kastier? Die Familie ist nicht hinter mir. 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 Die Familie ist 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 hinter mir. Bereit für einen Kampf? Wir sollten uns öfter sehen. Wie wär's mit Brunch? Hyperion will am Wochenende mal wieder das Haus verlassen. Pinkel dieses Mal aber nicht drauf. Labe dich an deiner Wut. Labe dich an der Krone. Ich brauche dich, Bestie. Und wir sind zurück. 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 Was für eine herrliche Jagd. Wir sind alle nur Schrauch. Wir sind alle 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 Schrauch. Das kann ich gut gebrauchen.